Oh, how I'm here And it's you that I wanna need Let me feel your heart bleed You feel somewhere you're looking Ja, hey Leute und herzlich willkommen zu einem weiteren Commentary auf meinem Kanal Und heute ist es mal was nachkommentiertes, ja Gestern kam ja kein Video, keine Ahnung, einfach gestern nicht so wirklich den Elan gehabt Und einfach keinen Bock dazu gehabt, irgendwie ein Video zu machen Heute aber wieder richtig Bock, Leute, denn ich hab was anzukündigen Wie ihr es ja schon im Titel hier lesen könnt Geht es um das Thema Livestreams, Leute Weil ich hab momentan richtig, richtig Bock zu Livestreamen Weil ich einfach finde, dass es echt so fast geil ist als YouTube-Videos Weil man einfach direkt mit den Leuten so interagieren kann Die Leute können in Chat schreiben, ich kann denen schnell antworten Oder halt jemand, der noch mit in Skype ist, kann irgendwas vorlesen Und ich kann dann antworten und so Das ist halt immer ganz geil Und deswegen hab ich halt vor, jetzt in nächster Zeit oft zu streamen Beziehungsweise ich werd den Stream einfach immer laufen lassen, wenn ich irgendwas zocke Das heißt, es wird oft momentan League of Legends gestreamt Da könnt ihr einfach mal reinschauen Ähm, ob euch das gefällt Einfach mal gucken Vielleicht wollt ihr es ja irgendwann dann auch spielen, ja Es wird natürlich auch Black Ops 2 gestreamt Aber halt wirklich momentan mehrmals, äh, also öfter LOL Ähm, können wir ja dann gucken, wenn ihr ins Stream kommt, ähm, was, ihr könnt ja mal schreiben, was ihr sehen wollt Und dann gucken wir einfach mal, wie ich das dann so mache Und ich denke, es wird jeden Tag beides mal gestreamt Deswegen können wir uns da denke ich mal auf was einigen Ähm, mein Twitch-Link ist ja immer hier unten in der Videobeschreibung Und es würde mich halt einfach freuen, dass ihr einfach mal vielleicht auf den Twitch-Channel geht Ich werd den diesmal jetzt nach ganz oben verlinken, den Channel Dass ihr einfach mal drauf geht Und, ähm, einfach mal dem Twitch-Channel followt Weil dann kriegt ihr per E-Mail immer eine Nachricht, wenn ich anfange zu streamen Das wär eigentlich ganz geil Weil dann könnt ihr immer mal wieder reingucken Dann müsst ihr nicht immer wieder auf den Kanal und wieder auf den Twitch-Link und alles mögliche Dann habt ihr das halt einfach per E-Mail Dann guckt ihr ins E-Mail-Postfach, ob ich grad streame und dann seht ihr das ja Würde mich auf jeden Fall richtig freuen Dass wir da mal ein paar mehr Zuschauer auf Twitch haben Weil da macht's auch richtig Bock zu streamen Und natürlich werden euch auch direkt Fragen beantwortet Und, ähm, ich denke Bei den ersten Also wir werden ja zum Zumeist jetzt erstmal lol halt streamen Deswegen, ähm, für Ich werd vielleicht mal den einen oder anderen Skin vielleicht sogar raushauen für den Abonnenten Müssen wir mal gucken Ich denke, da lässt sich auf jeden Fall was machen Also dass ihr einfach mal, ähm, dass ich dann irgendwann im Stream einfach mal eine Frage stelle Und derjenige, der als erstes antwortet, kriegt halt einfach mal so einen kleinen Skin Ähm, seiner Wahl, also was halt jetzt nicht so überteuer ist Kann man auf jeden Fall mal drüber reden und sich das überlegen Deswegen würde mich einfach freuen, wenn ihr da im Twitch-Channel, auf dem Twitch-Channel einfach mal vorbeischaut Ähm, wenn ich dieses Video hochlade, werd ich wahrscheinlich auch gerade streamen Jetzt grad zu diesem Moment wahrscheinlich Solo oder ich werd mir irgendwie einen, äh, Skype holen, der dann die Fragen mit vorlesen kann und so Ähm, ja Werden wir einfach mal sehen, wie das so funktioniert Im Hintergrund ist es, glaub ich, übrigens ein Gameplay auf Hijacked ist eine Nuked Out Ähm, ohne Orbital-Satellite erspielt Ich glaube nur mit Drohne, Konterdrohne und Tarnheli, Tarnheli aber natürlich nicht rausgehauen Ähm, deswegen hab ich da auch so ein bisschen gekannt gespielt, ja Ähm, aber wie gesagt, kommt einfach auf den Twitch-Channel, ich werd jetzt wahrscheinlich zu dem Zeitpunkt gerade neu streamen oder so Ähm, ja, und ich, ne, vielleicht streame ich jetzt auch Black Ops 2 Ja, dann kommt jetzt einfach mal rein zu dem Zeitpunkt, wo ihr jetzt das Video seht, werd ich wahrscheinlich Black Ops 2 streamen Ja, ich würde sagen, wenn es euch gefallen hat, gebt einfach einen Daumen nach oben Vergesst bitte, bitte unbedingt nicht auf den, also, was heißt unbedingt nicht Geht bitte unbedingt auf den Twitch-Channel-Link, der ganz oben in der Videobeschreibung ist Und drückt einfach mal auf Follow, und dann seht ihr ja jetzt gerade auch schon den Stream, dass ich da so ein bisschen Black Ops 2 am Dateln bin Und ja, ich würde sagen, wenn es euch gefallen hat, gebt doch einfach einen Daumen nach oben Wenn nicht, dann nicht, und ich würde sagen, wir hören uns im nächsten Commentary Haut rein, bis zum nächsten Mal, Leute Ciao, und bis gleich im Livestream, haut rein 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 Bis zum nächsten Mal. Bis zum nächsten Mal.